Ich bin drei Jahre aus der Zweiflung aufs Rollerfahrer gekommen, weil mein 50er Ducati mein Sohn gesagt hat, fahrt er nicht mal neu lackiert und alles, gell? War immer super, war mir immer gut und dann hat er sich zerlegt und ihn zusammengebaut und dann da oben drüber geflogen. Und dann habe ich aus Verzweiflung von einem Kumpel, der gerade einen Roller rumsteckt hat, einen 56er Bergmann gekauft. Ich habe mit dem Ding auch viel Spaß, jetzt habe ich am letzten Jahr noch zwei neue Reise dort gemacht.